Das Ende der Welt kommt. Sicherlich haben wir schon alle mal darüber nachgedacht. Oder haben vielleicht ein Buch diesbezüglich aufgemacht. Prophezeiungen und Prophezeiungen, Wunder des Propheten, und sicher werden sie eintreten. Viele Kleine sind es schon, doch trotzdem lehnen wir uns bequem. Spielen weiterhin herum, statt bei Allahu Akbar Richtung Kibla zu stehen. Bald kommt das Video der Videos, ein Format für die Seelen. Den Zwölf prophezeilen kannst du nicht den Rücken kehren. Mach dir Sorgen um das Ende, denn irgendwann ist es so weit. Doch schon heute könntest du sterben. Nun, bist du bereit? Keine Zeit fürs Gebet sollte nicht existieren. So was darfst du nicht kennen, sonst wirst du zeitnah verlieren. Denn der Tod kann jederzeit kommen. Und wir nehmen nur ein paar gezielte Tage mit zum richtigen Leben. Der Islam verbindet. Bald kommt das große Video hier. Abonnier und teile dieses Video bis dahin und fokussier. Dein Leben nach Koran und Sunnah. Ich richte dir was aus, Tastensperre weg, Koran an und wählt aus. Danke fürs Zuschauen. Das war es jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos. Und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet. Der Islam verbindet.